die gams hütte geschlossen ja klar die gibt es ja nicht mehr bis vor zwei drei jahren abgebrannt hier geht es rauf zur gams hütte und unten haben wir ja schon gesehen die heißt jetzt tannen hütte und eröffnung soll heute in einer woche sein dann gehen wir mal hoch hier schöner weg dahin auf zur gams hütte zur tannen hütte da muss man sich umstellen zur tannen hütte ok so 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 die gams die tannen hütte ganz neu aus tannenholz gemacht viel viel größer viel viel moderner als die gute alte gams hütte sehr umstritten übrigens dieses bauwerk so 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 Ich gucke, die auch noch gut.